So. Landrennen. Aha. Also noch knapper ging es nicht, oder? Sammeln noch drei Zahnräder, um auf der Flur freizuschalten. Versuchen wir es mal. Nehmen wir nicht an. Oh, sogar ein schönes Auto. Wahrscheinlich ist das langsamer als der Roller. So, naja. Schneller fährt das zumindest schon mal. Schleit mal wieder ein. Okay. Ich muss, dass es umschaltbar hier. Also irgendwie... Neun von siebenunddreißig. Heilige Scheiße. Ah, da lang. Ja. Kann ich das nochmal neu versuchen? Herausforderungen neu starten. So, diesmal ein bisschen besser. Die Farbe gefällt mir mehr. So, und Gas geben. Diesmal fahre ich auch hier nicht umliegend auf die Steine drauf. Und drücke nicht, äh, Leertaste für Handbremse. Das war nämlich eine andere. Naja, die Steuerung ist trotzdem bescheiden. Immer die Steuerung. Nie ist es, äh, der Spieler selber. Und wenn da einer herkommt und zeigt, hier, ich kann es doch spielen, liegt nicht an der Steuerung. Dann ist es ein Hacker. Ich sehe nichts. Wegen dem Schirm. Ja, Hilfe. So, an die Seite, Bürger. Und tschüss. Ja, war auf jeden Fall, ähm, interessant. So, einmal wiederhole ich es noch und wenn ich es dann nicht schaffe, naja. Hm, grün. Abwechslungsreich. Aus dem Weg hier, Bürger. So gibt's keine Punkte dafür, wenn man gegen eine Wand fährt. Das ist doch viel schwieriger. So, jetzt geht's geradeaus durch. Nicht abbiegen. Und tschüss. Ja. Ganz sachte reingefahren. Ach, schreib mal aus. Ich hätte aber gerne gewusst, was ich jetzt eigentlich als Hauptmission als nächstes tun soll. Ich meine, ob's so schön ist auch, ist Mods, hm, was heißt das jetzt mal, ach so, ich kann die einfach aktivieren. Das heißt, ich kann nicht nur entscheiden, wo ich die Zahnräder einsetzen will, ich kann einfach die Zahnräder einsetzen, ich kann einfach die Zahnräder einsetzen. Was bedeutet das jetzt mal wiederholen, ich kann nicht mehr. Was bedeutet dieser Stier? Eine schreckliche Reaktion. Missionsbeschreibung. Rico wird vom Volk geliebt und von der Ravioli gehasst. Der Diktator lässt seine Wut an Costa del Porta raus und will dort ein Exempel statuieren. Rico und Mario eilen nach Costa del Porto, um die Raviolis Massaker zu verhindern. Ich muss immer Ravioli, ey. Ich will, ich will das vorlesen, was da steht und dann irgendwie Ravioli, was? Also, da soll man, äh, hier ist ja auch so was. Das, so gibt es eigentlich, äh, in der Nähe, ist ja wie Google Maps hier, muss man so nachladen. So, habe ich in der Nähe, äh, ganz zufällig, nein, nein, schade, okay, dann markiere ich mir das einfach mal. Ist das genau markiert? Ja. So, ähm, wie komme ich da jetzt am besten hin? Da ist ein Boot. Da ist ein schnelles Boot. Da ist der Boden. Hey, schnelles Boot, schnell mal ab. Hey, schnelles Boot, warte doch. Was soll die Scheiße? Kommt der um mich zu, Detten? Komm mal nach da hinten. Wow! Ein guter Tag zum Schwimmen. Was soll das? Ich habe mein Boot hier gerammt, dann gibt es hier aber... Dann gibt es hier aber ein Just Chaos. Mal drei. Sorry, aber den musste ich irgendwie bringen. Also, der hat ein Segelboot, da ist ja schon wieder so ein Wahnsinniger. So, die Hälfte der Map besteht aus Wasser, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja. Mein, bei GTA kann ich auch sagen, die Map ist 1000 Quadratkilometer groß, aber du kannst nochmal 15.000 Quadratkilometer in den Wasser rein. So kann man die Map natürlich viel größer wirken lassen, als da eigentlich ist. Aber das Schöne ist, da hinten diese Berge, die wir sehen, da kann man auch real hinlatschen. Und das finde ich richtig krass. Kein Benzin mehr. So, ich mache mal eben kein Benzin mehr, bevor ich die Mission hier weitermache. Ist zwar ein kleiner Umweg, aber... Sowas möchte ich eigentlich ungern verpassen. Wahrscheinlich muss ich dann mit den Haken ziehen oder so. Jetzt kriege ich vor meinem Boss endlich mein Geld und dann gibt mir auf dem Weg zur Tankstelle das Benzin aus. Können Sie mich abschleppen? Abliefern. Ja, aber Moment mal, ich hole mal mein ADAC-Pannenfahrzeug. Ich lege da. So. Oh. Verdammt. So. Madame. Alter, wie die einfach mitten auf dem Weg steht, weißt du? Und auch gar nicht zur Seite geht. So. Na. Ich vergesse immer, ich will Ertaste das bei mir normalerweise. So, einmal den da reinhauen. Zack. Will die Mitte oder was? Ich mach mal kurz... Aussteigen. So. Ist ein bisschen angenehmer zu fahren. So, unser ADAC-Pannenfahrzeug ist doch super. So. Das war's. Ein Beispiel jetzt. Was fährt die mir auch rein? Ja. So. Äh, ja, das Fahrzeug muss man halt danach nochmal, ähm, in die Waschanlage stellen, könnte ein wenig dreckig geworden sein. Warte mal. Alter, diese Kamerasteuerung und diese unfassbar schlechte Lenkung. Schaffst du das auch? Bitteschön. Ähm. So, dann fahren wir mal mit unserem Abschleppfahrzeug da hinten hin. So, eine schreckliche Reaktion, jetzt verstehe ich auch, wie Hauptmissionen funktionieren. Oh, das sieht lecker aus. Aber ein bisschen unrealistisch, so ein bisschen. Ah, jahrelange Arbeit. Unsere Unfähigkeit, mal näher zu beschützen, war leicht absehbar. Die Rückeroberung wäre kein Problem, aber... Der Verlust von Viselektra ist ein Versagen, das auf keinen Fall ungesüngt bleiben darf. Oder? Rico Rodriguez ist zurückgekehrt geboren. Demselben Feuer, aus dem heraus sich meine Macht entwickelt hat. Schon bald wird die Welt das ganze Ausmaß meiner Macht erkennen. Durch Rodriguez erhalte ich die Gelegenheit, sie zu demonstrieren. Vielleicht sollte ich ihn motivieren. Die wunderschöne Stadt Costa del Porto. Brennt sie nieder. Und wenn er kommt, um dieses unwichtige Städtchen zu beschützen... Tötet seinen Freund! Jede seiner Aktionen wird eine schreckliche Reaktion von uns nach sich ziehen. Und dann wird die empfindliche Flamme der Revolution erlöschen. So wie sie es immer in der Geschichte getan hat. Benutzt die Panzer. ... Also den einen, da muss ich echt sagen, echt loyal. Oder er wusste das, wenn er es nicht tut ihm noch Schlimmeres erwartet. Eine Stadt. In Flammen und Chaos. Ausgeübt wegen uns. Die Armen werden hingedichtet wie Hunde. Hör nicht darauf, was er sagt. Wir müssen das tun. Ich hatte keine Wahl. Aber ich werde es nicht vergessen. Die Panzer gehören mir. Du gehst in die Stadt, Mario. Du kriegst sie auf einem Silbertablett. So, ja. Frickus zerstört die Panzer. Ich mache mich auf den Weg in die Stadt. Dafür wird die Ravella bezahlen. Das, was eigentlich nicht hätte passieren sollen, dass die Bürger uns nicht mehr vertrauen, ist scheinbar passiert. Oh. Raus aus meinem Panzer. Hups. Panzer zum Spiegel. So, das ist... Ich muss mal gleich... Ich muss mal gleich was noch ändern in den Einstellungen. So, was mit dem muss ich doch auch noch zerstören. Ich habe einen Problem. Over. Die Ravellos-Truppen haben uns gepackt genagelt. Du musst uns helfen. Was ist das? Willst du eine Ladung Schrott? Ja, ganz bestimmt. Filia da puta. Ich mache euch fertig. Geht... So. Kann es sein, dass die mehr aushalten? Ich mache... Ich finde... Ich möchte... Interessante Möglichkeit, die da runterzuholen. Interessante Möglichkeit, die da runterzuholen. Ich liebe diesen neuen Haken, ey, der ist so megacool. Ich liebe diesen Haken, die da runterzuholen. Da ist eine Militärbasis. Sie werden Jagd auf uns machen. Wir müssen ihre Verstärkung aufhalten. Die Basis hängt uns Falster an den Hals, wenn wir nicht unternehmen, Rico. Wir müssen nur über die Brücke. Der Drac, Rico! Der Drac! Die Basis ist gleich da! Die Gaslos, sie kommen! So, von da kommt... Ja, okay, er fährt einfach runter. Gut, man könnte behaupten, jetzt... ...wegen dem Staub hat man nichts gesehen. Und das ist auch ein Sutter. Ich hasse Tankstellen. Das ist manchmal Pleite, wenn man da rauskommt. Oh! Boah! So, ich glaub, nach dieser Mission muss ich ganz dringend mal etwas ändern. Weil diese Freezes, die passieren immer dann, wenn ich aus dem Bild klicke. Und das ist etwas störende, als ich zuerst gedacht hatte. So, Mission geschafft. Bla, was für ein Desaster. Mission abgeschlossen. Weiter.